hey leute und willkommen zu einem kleinen info video mit mir und dem tobi hallo und jetzt kommt das intro ja und das und wir spielen endergames seid jetzt nicht verwirrt ich habe das jetzt nicht als endergames gekennzeichnet weil tobi die serie endergames macht aber wir gerade ein info video machen wollten und das davor mit super smash mobs gespielt aber das info video war dann so dass wir reden wollten und dann ist immer was passiert und dann haben unsere sätze aufgehört mit ja und dann der ts server und so haben wir halt immer aufgehört und das ist glaube ich nicht so das ist glaube ich nicht so so informativ will ich jetzt mal anmerken und deswegen dachten wir uns gerade weil wir spontan sowieso endergames hier gespielt haben machen wir es einfach noch mal und ja es geht darum dass wir immer wieder gefragt werden kann ich mal mit euch zocken ich möchte so gerne mal mit euch spielen können wir mal eine runde aufnehmen edit und edit mich auf skype wie heißt hier auf skype und ja jetzt haben wir eine ganze lösung für dieses dicke dicke problem und für diesen 15 sekunden standbild und für dieses 15 für dieses 15 sekunden standbild ja dafür haben wir auch eine lösung gefunden und für für diesen großen wunsch von euch haben wir uns jetzt ausgedacht in unserer gnaden mit unserer gnadenlosen klugheit haben wir beschlossen ein community event zu machen was unter dem hashtag top unity abend läuft auf twitter und der wird jetzt hier irgendwo eingeblendet genau da wo mein wo der kürbis jetzt ist da wird es eingeblendet und ja das wird ein abend sein wo wir einfach mit euch mine kraft spielen vielleicht sogar andere spiele wenn wir bock haben und es kostenlose gibt oder so und jetzt habe ich ihn hier erstmal geholt und bin fast da und weil er ist egal redet einfach weiter ja genau und ja da werden wir verschiedene spiele mit euch spielen das dürft ihr euch aussuchen gleichzeitig wird wird es ein live stream geben ich habe die fähigkeit das gibt es bei wagen in dem ich dann automatisch drin seid und wenn ihr natürlich auf dem ts server seit den wir da zur verfügung stellen für den abend und wenn ihr das denn wollt könnte man mal darüber nachdenken dass man aus und community ters macht es sein je nachdem wie voll der halt ausgenutzt wird und wie cool ihr drauf seid und so und ja auf jeden fall wir freuen uns richtig auf sowas weil das haben wir noch nie gemacht das finde ich eine ziemlich coole idee und ja es macht einfach spaß so ein bisschen mit der community zu spielen und ja einfach mit euch zu arbeiten mit euch zu arbeiten ja aber boah gott im himmel und ja genau das jetzt sollte ich mal dazu kommen achso die ip von dem ts server die wird die steht jetzt noch nicht fest weil ich die noch nicht gemietet habe aber die packe ich euch in diesem video unten in die beschreibung und ich werde das wahrscheinlich erinnert euch nicht wenn das ein bisschen dauert ja ja genau und ich habe noch gar nicht gesagt wann das projekt stattfindet und wenn ihr uns auf twitter folgt dann verpasst ihr sowieso nichts also twitter punkte es wird auch noch mal hier eingeblendet genau wo dieser eisenblock ist da keine ahnung nein vielleicht wird das auch da unten eingeblendet ich weiß nicht und ja das ganze findet statt am 29 november 2014 das heißt nicht dieses wochenende nicht nächstes wochenende sondern übernächstes wochenende damit alle genug zeit haben ihren eltern zu sagen nein mama an diesen abend wird kein fernsehen guckt da wird von 18 bis 22 uhr von das ist nämlich der zeitraum das stattfindet wird mit den coolsten typen dieser welt gespielt kann ich bitte mal aus dieser scheiß schlucht heraus teleportiert werden ach ich hab doch eine ender perle ich bin schon wieder so klug drauf und ja genau da wird es stattfinden und ich hoffe dass ihr euch dann alle dafür zeit dass das oder ach torben das ist du zumindest viele von euch sich dafür zeit nehmen weil wir haben bock auf sowas ja hoffentlich bock ja anscheinend haben sie ja bock auf sowas weil sonst würden sie nicht immer schreiben können wir mal mit euch spielen könnt ihr mich und mich mal auf skype enden und ich habe immer noch ein starkes holzschwert also holzschwert power for the win ich sollte mir jetzt langsam mal ein sollte jetzt langsam mal zum eisenschwert wechseln was ich mir schon ein paar leute gekillt deswegen habe ich jetzt die ja schuhe und eisenrüstung aber nur deswegen dann ist alles in ordnung egal genau bist du mit dem thema durch ich denke wenn ihr dazu noch fragen habt stellt die natürlich in den kommentaren wir werden antworten so wie wir auch auf diese ganze also auf diese ganze skype geschichte da antworten wir nicht so gerne darauf weil wir eben vorher noch keine lösung dafür hatten jetzt haben wir eine lösung jetzt werden wir auch darauf antworten dass sie sich einfach auf das dass ihr euch einfach auf das video abwarten tun sollt ja jetzt bin ich fertig okay gut weil ich gibt da ein kleines problem und zwar gibt es im moment die idee von mir englische videos machen und zwar quasi gibt es es kommt nicht mehr aufs redet man merkt schon wieder dass du sich mehr aufs spiel konzentriert ich konzentriere mich gar nicht aufs spiel ja das ist eine lüge okay ich kann so schwer bei solchen spielen reden deswegen macht man das normalerweise auch mit einem gelben im hintergrund aber wir dachten ach das ist was für anfänger leute wir sind profis genau und zwar werde ich englische videos machen mit einer community quasi was ist community mit mit einer community als maul näherst genau mit quasi ein paar leuten die entweder aus kanada kommen aus amerika oder aus england vielleicht nein 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 warum warum finde ich eigentlich keine spieler und sollte man sich die alle vor der nase weg kille nein ich werde immer noch nicht das ist die sind welche auch und dann werde ich mit ihr getauscht und trägt direkt einen anderen und ich werde immer noch nicht das ist echt witzlos außerdem habe ich auch richtig behindert ich finde warte jetzt lass mich zu Ende erzählen kein dirs okay ach es lebt doch nur noch ein anderer dann lass noch mit dem endkampf warten ja ja jojo das spiel träumt mich also erzähl weiter so und zwar wird das auf einem zwei channel stattfinden wo nur ich videos machen auf englisch um zu mir seh ich bleib mal da bitte also kommen wir auf meine seite dank dank gebiete okay und halte bitte diesen ich wurde getauscht dank abstand ein und zwar geht es einfach darum dass ich einfach so den reiz habe englische videos machen weil mir das weil mein englisch kenntnissen sehr weiterhilft und ja tor wird getötet und auch sonst ist das halt einfach irgendwie eine coole erfahrung weil man halt die ganze zeit irgendwie englisch spricht und so und ja das ist schon sagen wir es mal so und deswegen äh der kanal name steht noch nicht fest und alles ähm das wird alles noch irgendwann bekannt gegeben so da haben wir auch mal eben gewonnen jetzt kann ich weiter erzählen und zwar ähm ähm geht es einfach erzähl jetzt weiter los ähm ja also toby macht englische videos auf einem äh zweitkanal den äh wozu er auch noch ein video machen wird äh genau und der name steht nämlich noch nicht fest genau und wenn das alles feststeht wenn auch das design gemacht ist dann macht er ein video dazu genau das design wird übrigens wahrscheinlich auch wieder von märby gemacht äh also checkt ihm aus der ist irgendwie der hat auch schon unser jetziges gemacht der ist überall verlinkt eigentlich genau und 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 lass mich zu ende erzählen das hier wird weiterhin mein haupt channel sein das heißt ich werde hier auch jeden tag wieder bei einem video dabei sein hoffe ich ihr seid jetzt auch 800 geile leute die wollen wir nicht so äh genau aber ich würde mich natürlich auch freuen wenn da irgendwie so ein paar von euch schon mal so rüber kommen könnten oder so oder irgendwie einfach bock haben mich auszulachen wenn ich englisch spreche oder einfach auch interesse haben weil das ist keine ahnung ich finde das echt cool so einfach englische videos zu gucken und dann so weiß ich nicht englische videos gucke ich auch viele ja ich auch wollte ich nur sagen und deswegen weil ich auch in amerika war und so denke ich dass ich jetzt ausreichend englischkenntnisse besitze dass ich zumindest mich irgendwie verständigen kann ich denke das sollte man in der 10. klasse nachweisen können ja ja genau sie wird hauptsächlich um der nächsten s&p sein das ist quasi ein survival multiplayer server wie der name schon sagen sollte und genau mit allen leuten aus der welt und sowas wo halt nur englisch gesprochen wird und ich finde das einfach so cool dass es sowas überhaupt gibt wo man auch so als quasi deutscher damit machen kann das war der von anfang an mit dabei und blablabla vielleicht erwähne ich das dann da im video oder so ja genau dafür checkt den kanal mal aus der existiert zwar noch nicht aber checkt ihn mal aus nein wartet natürlich bis der tobi dazu ein video ja darf ich noch ein ja komm auf den punkt man hat dich gerade nicht verstanden weil du skype benutzt ok und zwar was erzähl los komm jetzt hab ich den punkt wieder vergessen ich mache ein extra video leute ich wollte es einfach nur ankündigen dass es bald halt ein zweitschöner quasi kommt wenn ihr genau wenn ihr richtig wenn ihr richtig Lohr Upload richtig coole namensvorschläge hat die irgendwas auch irgendwie so meld seibert von Kauern oder oder so was ich will sowas damit zu tun haben dann wäre ich euch sowas von dankbar wenn ihr das auch mal hier als Kommentar da lassen ok super leute das freut uns dass euch das video gefallen hat mich freut es auch dass ihr eine positive Bewertung da gelassen habt und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder haut da rein und tschau Leute 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 Leute